Herzlich Willkommen zum Thala Yoga. Mein Name ist Esch Loh und ich freue mich, dich hier begrüßen zu können. In diesem Video möchte ich dir die sieben Grundprinzipien des Thala Yogas nahelegen und dir aufzeigen, welche Tiefe diese Praxis beinhaltet. Nummer eins wäre, das Ziel der Yoga Praxis zu erkennen, dass diese Realität erschaffen wird durch unseren Geist. Ich weiß, dass für viele von uns diese Annäherung an das Thema erstmal sehr schwierig ist, weil es so scheinbar so ist, dass die Realität so ist, wie sie ist und wir erleben sie durch unseren Geist. Aber aus yogischer Sicht ist es ganz klar so, dass dieser Geist, dein Geist, deine Realität erschafft. Und dementsprechend auch die Grundlage dafür ist, ob deine Realität freudvoll ist oder leidvoll ist, ob das Glas halb voll ist oder halb leer. Das liegt nicht an den äußeren Umständen, das liegt einzig und allein an unserem Geist und wie wir die Welt sehen. Der zweite Punkt des Thala Yoga Prinzip ist es, dass Entspannung die Grundlage der Achtsamkeit ist. Dementsprechend, wir leben in einer Zeit, wo unglaublich viel Spannung ist, unglaublich viel Bewegung und Energie und wir lieben das ja auch, Bewegung, Energie und Spannung zu haben. Aber dementsprechend fehlt uns die Entspannung. Das heißt, Thala Yoga hat das Ziel, letztendlich Körper, Geist und Seele zu entspannen, um achtsam zu sehen, zu beobachten, was wirklich vor sich geht. Die dritte Grundlage der Thala Yoga Praxis ist der Fokus auf die Atmung. Und wie ich in dem anderen Video schon erklärt habe, die Bedeutung der Atmung geht es darum, im jetzigen Moment zu sein und demnach ganz bei der Atmung zu sein. Und wenn du das mal versucht hast, dich damit beschäftigen, wirst du feststellen, wie schwierig das ist, im jetzigen Moment zu sein, weil unser Geist einfach so schnell ist und so subtil ist und immer wieder in die Zukunft und in die Vergangenheit abschweift, bloß nicht in diesem jetzigen Moment. Und das ist in allen spirituellen Praktiken oder den meisten ein Hauptfokus, dieser Tendenz entgegenzuwirken und zu helfen, in den jetzigen Moment zu kommen. Denn das Leben findet nur in dem jetzigen Moment statt, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Und doch ist es so, dass unser Geist ganz stark die Tendenz dazu hat, so auszuweichen. Und jetzt könnte man natürlich fragen, warum ist es denn so? Warum leben wir denn nicht alle als erleuchtete Wesen im jetzigen Moment? Gute Frage. Eine Antwort könnte sein, dass evolutionsbiologisch die Tendenz, in die Vergangenheit zu gehen, in die Zukunft zu gehen, dafür da ist, um unser Leben, unser Überleben zu sichern. Wir mussten aus der Vergangenheit lernen, um für die Zukunft planen zu können. Und das ist auch sehr wichtig und das ist immer noch wichtig. Nur wenn das sich verselbstständigt, dass unser Geist immer nur in der Vergangenheit hängt und sagt, oh, das war damals so schön oder das war damals so schrecklich oder nur in der Zukunft, in einer Fantasie der Zukunft, oh, es wird so toll, es wird so schrecklich, hängt, dann verpassen wir den jetzigen Moment. This Moment. Und von daher ist es in spirituellen Praktiken immer interessant, sich auf einen Moment, auf eine Sache auszurichten und dort zu bleiben. Und du wirst feststellen, wie schwierig das ist. Von daher lade ich dich ein, probiere mal Thalia Yoga aus, mit der Musik, dem Atem, der Bewegung im jetzigen Moment zu sein. Der vierte Aspekt des Thalia Yogas ist, dass es nicht um die Form der Körperstellung geht, sondern dass es um den Inhalt geht. Das heißt, ganz häufig passiert es uns, dass wir bei der Yoga-Praxis eine Überdominanz der Korrektheit, der Richtigkeit der Position gelegt wird und ganz viel Wert darauf gelegt wird, wie der Körper steht und dass wir ganz viel Angst davor haben, um irgendwas falsch zu machen und irgendwas nicht korrekt auszuführen. Und ich rede gern von dem sogenannten natürlichen Alignment, soll heißen, dass du damit beginnst, wer du jetzt bist mit diesem Körper, den du jetzt verkörperst, und anfängst zu atmen und mit der Atmung die Bewegung zu initiieren und dann ganz achtsam über den Blickpunkt, die Konzentration von dem loszugehen, was jetzt möglich ist und dann dorthin zu gehen, wo es unmöglich wird. Und ganz häufig beobachte ich meine Kollegen, meine Mit-Yogis, wie die die ganze Zeit versuchen, gleich zum Unmöglichen zu gehen, aber gar nicht davon losgehen, wo es jetzt möglich ist. Soll heißen, ein Prinzip ist es vom Möglichen zum Unmöglichen. Dementsprechend auch mit deinen physischen Einschränkungen, so wie du jetzt bist, bist du perfekt. Und was wir wollen, wir wollen über Atem und Bewegung diese Perfektion ausdehnen, diese Vollendetheit, die Grenzen ausdehnen. Denn es ist auch ein natürliches Prinzip, wenn wir es nicht benutzen, sprich den Körper, hat er die Tendenz, sich zusammenzuziehen und die Muskulatur hat die Tendenz abzuschlafen. Und dem wollen wir einfach entgegenwirken. Das fünfte Prinzip des Thala-Yogas ist die Beobachtung der Natur und des Universums, dass die Natur immer nach Harmonie strebt. Sie strebt immer danach, die Gegensatzpaare der Natur zu überwinden. Und genau das Gleiche wollen wir beim Thala-Yoga auch. Soll heißen, das, was du als Qualität in den Boden gibst, kommt als Qualität in die Position zurück. Die Qualität, wie du ausatmest, bestimmt die Qualität der Einatmung. So wie du einen Raum betrittst, legt fest, was in diesem Raum passiert. Wie du jemandem, einem anderen Menschen gegenüber trittst, legt fest, wie eure Beziehung sein wird. Soll heißen, die Erkenntnis, dass die Welt basiert auf Dualitäten, auf Geben und Nehmen, auf Einatmung, Ausatmung. Und wir letztendlich erschauen wollen, dass es immer zwei Seiten der gleichen Münze ist und dementsprechend diese Dualität auch nur scheinbar ist. So wie Tag und Nacht scheinbar getrennt sind, aber die Nacht die Grundlage für den Tag ist und der Tag die Grundlage für die Nacht. Dementsprechend könnte ich jetzt abschließend zu behaupten, dein Leben wird so reich, wie du bereit bist zu geben. Und das klingt erstmal paradox und widersprüchlich, dass wenn du was gibst, dass dein Leben reicher wird. Aber ich denke, es ist genau so, dass das, was wir von uns geben, Ausdruck unseres Reichtums ist. Und je mehr wir geben, umso mehr kommt zurück. Und je mehr wir festhalten wollen, umso ärmer sind wir. Nummer sechs, das Nichtstun. Die Fähigkeit, nichts zu tun und sich jegliche Handlung zu entsagen. Soll heißen, beim Thala Yoga fangen wir an zu handeln, fangen wir an, die Atmung in die Hand zu nehmen und die Dinge bewusst zu steuern. Aber am Ende der Praxis, denke ich, ist es hilfreich, in einen Raum zu gehen, wo wir nichts tun, wo wir einfach geschehen lassen. Und das Ideal wäre, dass wir von diesem zwanghaften Tun zum Geschehen lassen kommen. Oder ich könnte auch sagen, vom Machen zum Sein. Denn die meiste Zeit sind wir getrieben von Machen, 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 Tun, Tun, Tun und verlieren den Kontakt zu unserer Essenz, zu unserer letztendlichen reinen Natur. Und das Ziel vom Yoga ist es, uns dort wieder hinzuführen. Und dafür ist unsere Atmung, Bewegung, Komplex unser Werkzeug. Das heißt, wir wollen tun, wir wollen machen, um zum Geschehen lassen, um zum Zustand zu kommen, wo es passiert, wo Existenz intuitiv durch uns hindurch fließt. Und der siebte Aspekt der Thaila-Yoga-Systematik ist, Inspiration durch Yoga-Schriften, durch Psychologie, durch Wissenschaft, die Erforschung unserer Emotionen. Soll heißen, Praxis ist das eine, Theorie ist das andere. Aber ich denke, es ist so hilfreich, sich mit weicheren Themen zu beschäftigen, wie zum Beispiel dem Konzept des Rasa-Yogas, der Emotionen, um zu lernen, dass wir nicht nur Atem, Körper, Geist komplex sind, sondern die subtileren Schichten in diesem ganzen System wahrzunehmen. Und da sind die Emotionen und die Reflektionen über die Emotionen ein wahnsinnig hilfreiches Werkzeug. Und dazu werde ich auch später nochmal ein Video machen, wo ich detailliert darauf eingehe. Aber ich reise es jetzt nochmal kurz an. Das heißt, die intellektuelle Reflexion, sich zu beschäftigen mit den Wissenschaften, mit den Weisheitslehren, des Yoga-Sutras, der Bhagavad-Kita und der Reflexion über die eigenen Emotionen, ist ein weiterer Aspekt der Thaila-Yoga-Praxis. Und ich hoffe, dir jetzt einen kleinen Einblick geben zu können in die sieben Aspekte des Thaila-Yogas. Ich fasse sie nochmal kurz zusammen. Nummer eins ist zu erkennen, dass Geist Realität erschafft. Nummer zwei ist es, dass Entspannung eine wichtige Grundlage ist, einen achtsamen und aufmerksamen Geist zu haben für das, was passiert. Atmung als zentraler Schlüssel, diesen Geist zu beeinflussen und die Trägheit des Körpers zu bewinden. Natürliche Ausrichtung des Körpers, vom Möglichen zum Unmöglichen, die Selbstakzeptanz in der Yoga-Praxis zu schulen. Das fünften, das Streben nach Harmonie, zu erkennen, dass die Natur des Universen immer nach Ausgleich strebt. Sechstens, die Fähigkeit, nichts zu tun und sich in einen Raum zu begeben, der reinen Beobachtung. Und das siebte, Inspiration durch Yoga-Schriften, Reflexion über Emotionen, Wissenschaft, Psychologie. Und ich freue mich, wenn du einen Kommentar hinterlässt, eine Frage stellst oder diesen Kanal abonnierst und wenn wir weiterhin im Gespräch bleiben und du Teilhörige eine Chance gibst, um zu erforschen, ob die Bewegung verbunden mit Atmung und Musik diesen Einfluss hat, den ich gerne propagiere. In diesem Sinne, viel Freude bei der Praxis. Namaste. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!